So, willkommen bei meinen Rennspielen von Disney. Wir sind jetzt bei der Saisontour Kapitel 4 angekommen. Ich denke, wird wieder auf vier Teile hinauslaufen. Da habe ich auch umentschieden, für das anders zu machen. Die magische Lampe. Und ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß dabei. Ich habe mir mittlerweile den Goldpass auch gekauft. Und ja, somit legen wir mal los. Und schauen, ob wir damit vier Videos hinbekommen. Und ja, dann viel Spaß beim Reinschauen. Danke fürs Liken, Abonnieren. Und dann lege ich mal los mit dem ersten Rennen in der Schädelhöhle. Das ist wunderbar. Look at this guy, he races, he grants. I have one word for you. Amazing! Looking good! Come on, let's do this! Sounds like the wings of chicken. All right, just remember ten and two. I'm not there yet. I'm history! Let's make some magic! I agree! Und dann! Let's move! Watch this! Oh! Yes! Right! Was on me! Bullseye! Bullseye! Touchdown! Yikes! 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 Wo sollen wir gehen? Ich will alles sehen. Ha, raw diggity dog! Gosh! Okay, Places, everyone, get ready! This time, I'm winning the prize. This is gonna be a great race! Gotcha! Yes! Screwed up the man! Yes! 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 Aha! Yes! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Woa! Oxy-däzy! Yikes! Go, Genie! Go on, Genie! Go, Genie! Go, Genie! Go, Genie! Go, Genie!